Das ist der Strampleranzug. Sieht auf den ersten Blick ganz lang aus, aber passt wie angegossen. Mit Reißverschluss. Willst du den einfach drüber ziehen? Ja. Ich muss schön alles hochziehen, bis so weit es geht. Nein. Können wir auch die Ärmel mitnehmen. Jetzt sind die Puppe. Sieht gut? Mit dem rechten Arme? Ja. Ja. Genau. Cool. Hast du weh angegossen? Ja. Zumachen. Das Ganze auf? Ja. Perfekt. Perfekt. Am Bohr. Am Bohr hochziehen? Ja. Umzurichten. Anbinden. Steigen. Perfekt. Perfekt. Absolut. Besonders.